Ja, meine Situation ist nun ein bisschen die, dass durch die Vorredner natürlich und auch die Presseveröffentlichung der letzten Tage die Spannung jetzt über die Ergebnisse, die ich Ihnen präsentieren werde, sich ja auch in Grenzen hält. Es geht eher darum, dass ich vielleicht im Detail noch mal etwas weiter erläutern kann oder paraphrasieren kann und vielleicht auch an den Folien dann noch mal auch illustrieren kann, was schon auch doch in großen Teilen allgemein bekannt ist. Vielleicht noch mal hier für Sie die Übersicht über die Autorengruppe, die leider heute nicht komplett anwesend sein kann, weil kurzfristig der Termin für diese Fachtagung verschoben werden musste. Und dadurch auch nicht alle sich den neuen Termin einrichten konnten. Aber was auch schon gesagt wurde und was ich noch mal betonen will, ist, dass es ein von allen, unter allen Autoren abgestimmter Bericht ist und wir ihn gemeinsam vertreten und dass auch ich nur der Primus inter pares bin. Und von daher wir auch dann gemeinsam auf Rückfragen dann antworten wäre. Vielleicht noch etwas zur Struktur des Bildungsberichts. Es wurde ja schon gesagt, dass es ein datengestützter Bericht ist. Insofern vielleicht zunächst der dritte Punkt. Es ist eben ein Bericht, der einen sogenannten Indikatorenansatz verfolgt, wie in etwa auch die Berichte der OECD verfolgen. Ansonsten ist es ein Bericht, der am Leitgedanken Bildung im Lebenslauf orientiert ist. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu den anderen Bestandteilen des Monitoring-Konzepts der KMK. Die beziehen sich dann nur auf den Schulbereich, während der nationale Bildungsbericht sich gerade oder der Bildungsbericht für Deutschland, Entschuldigung, sich gerade darauf bezieht, dass Bildung im Lebenslauf betrachtet wird. Und dann eben auch nicht nur unter der systemischen Perspektive, nämlich unter der Betrachtung, was leistet das Bildungssystem für die Gesellschaft, sondern eben auch unter der individuellen Perspektive. Was hat der Einzelne an Angeboten, an Möglichkeiten, seine individuellen Bildungsinteressen zu entfalten? Inwieweit hat er gleiche Chancen bei der Verwirklichung seiner Bildungsvorstellungen? Es ist in der Tat so, dass wir uns versuchen, um Empfehlungen zurückhaltend zu sein im Hinblick auf Empfehlungen. Aber das ist auch ein Teil unseres Respekts gegenüber der Politik. Aber ich glaube, im privaten Gespräch, Herr Jungkamp, sind wir immer bereit, Ihnen auch diese Tipps zu geben. Aber es ist eben die Frage, ob man dann als Wissenschaftler oder als sozusagen informierter Mitbürger redet. Und ich glaube, diese Rollentrennung sollte man dann eben schon auch einhalten. Und darum sind wir, glaube ich, auch in der Autorengruppe insgesamt sehr bemüht. Wenn ich hier jetzt geschrieben habe, zentrale Ergebnisse, dann müsste man vielleicht auch sagen, ausgewählte Ergebnisse, die mir jetzt vielleicht besonders wichtig erscheinen oder uns besonders wichtig erscheinen, Ihnen hier vorzuheben. Es wurde schon gesagt, dass es viele positive Entwicklungen gibt. Wir sehen das auch so. Insbesondere im Vorschulbereich haben wir eben eine sehr stark ansteigende Bildungsbeteiligung. Es ist doch bemerkenswert, dass inzwischen schon die Zweijährigen in Ostdeutschland zu 80 Prozent Bildungseinrichtungen, also Kinderkrippen und Kindertagespflegeeinrichtungen besuchen. In Westdeutschland ist das Niveau etwa nur halb so hoch. Aber wir merken an dem West-Ost-Vergleich, dass da sicher auch in Westdeutschland noch ein Ausbaubedarf und Ausbauinteresse existiert. Auch bei den Einjährigen haben wir in den letzten Jahren stark steigende Beteiligungsquoten. Von daher ist sozusagen das entwickelte Ausbauniveau in diesem Bereich noch lange nicht erreicht. Und wir wissen ja auch, dass da noch Ausbauerfordernisse bestehen. Im Hinblick auf das Niveau der Schulabschlüsse sind vielleicht zwei Punkte besonders erwähnenswert. Gesagt wurde schon, dass die Schulabschlüsse steigen. Dass inzwischen etwa, wenn man Fachhochschulreife und allgemeine Hochschulreife zusammennimmt, etwa die Hälfte des Altersjahrgangs eine Hochschulzugangsberechtigung erwirbt. Was interessant ist, ergänzend, ist die zunehmende Bedeutung der beruflichen Schulen für den Erwerb eines allgemeinbildenden Schulabschlusses. Da sehen Sie eine Differenz zwischen den Punkten und den Säulen insgesamt. Jetzt hier im Bereich der allgemeinen Hochschulreife ist es schon auffällig. Besonders markant ist es natürlich im Bereich der Fachhochschulreife, die fast ausnahmslos oder zu erheblichem Prozentsatz an beruflichen Schulen erworben wird. Auch der mittlere Abschluss zunehmend. Und das ist dann eben noch der andere Punkt, der markant ist, neben dem Rückgang der Hauptschulabschlüsse und auch der Absolventen ohne Hauptschulabschluss, dass wir insgesamt erkennen können, dass sehr viele Jugendliche Zweitabschlüsse erwerben. Nach einem Hauptschulabschluss erwerben sie die mittlere Reife. Mit einer mittleren Reife erwerben sie noch eine Hochschulzugangsberechtigung. Das heißt, wenn Sie die Prozentsätze hier addieren, können Sie das sehr schön nachvollziehen, dass Sie auf weit über 100 Prozent kommen. Und diese sozusagen Zweitabschlüsse sind der zweite Punkt, der markant ist an der Entwicklung der Bildungsbeteiligung insgesamt. Natürlich ist ein Problem, dass hinter der sinkenden Quote von Absolventen ohne Hauptschulabschluss einmal, dass dahinter diese Förderschulproblematik steckt, auf die Herr Jungkamp hingewiesen hat. Zum anderen müssen wir natürlich sehen, dass nach wie vor 19 Prozent der 15-Jährigen in der PISA-Befragung eine Lesekompetenz unter Kompetenzstufe 2 haben. Damit also auch große Sprachprobleme. und Texterfassungsprobleme. Und das muss man natürlich in dem Zusammenhang auch noch sehen, dass quasi mit dem Anstieg der Bildungsbeteiligung auch sozusagen ein Anstieg der Kompetenzen verbunden sein muss. Man muss achtgeben, dass da auch die Diskrepanzen nicht zunehmen. Was mir im Zusammenhang mit den steigenden Schulabschlüssen auch noch wichtig erscheint und der Hinweis auf die PISA-Daten ist, dass diese Ausweitung der Gymnasialbesuchsquote in den letzten Jahren nicht dazu geführt hat, dass wir einen Rückgang des Leistungsniveaus am Gymnasium hatten. Das wird ja oft so kolportiert. Wir erhöhen immer stärker die Bildungsbeteiligung, aber die Leistungen lassen nach. Das lässt sich eben nicht feststellen, sondern trotz gestiegener Gymnasialbesuchsquote hat das Gymnasium seine Leistungsstandards weiterhin durchsetzen können. Und das haben wir auch schon in der längeren historischen Entwicklung eigentlich feststellen können. Und es gibt ja einige Leute, die deshalb auch gerade wegen dieser Leistung des Gymnasiums in einer besonderen Weise verteidigen. Die stark steigende Zahl der Studienanfänger ist aus unserer Sicht vor allem deshalb noch mal besonders zu betonen, weil sich andeutet, jetzt aufgrund der aktuellen Erhebungen, das hieß bei den Studienberechtigten, dass im Gegensatz zu der Entwicklung der letzten Jahre nicht ein weiterer Rückgang der Studierquote sich abzeichnet, sondern ein deutlicher Anstieg. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde genommen einen doppelten Trend, zunehmender Anteil von Hochschulzugangsberechtigten und unter diesen auch einen zunehmenden Anteil, der ein Interesse hat, daran ein Studium aufzunehmen. Da die Studienaufnahme oft stark verzögert, erst nach vier, fünf, sechs Jahren erfolgt, kann man hier noch keine endgültigen Zahlen angeben, aber sie können anhand oder anhand der HISS-Erhebungen ist absehbar, dass hier eine Trendwende sich abzeichnet. Und was sicher auch ein erfreuliches Ergebnis ist, dass die Zahl der Hochschulabsolventen zwar in den letzten Jahren sehr stark angestiegen ist, dass es damit aber nicht verbunden ist, dass es Probleme gäbe, in das Beschäftigungssystem einzumünden und auch ausbildungsadäquate Beschäftigung zu finden. Sie sehen bei den traditionellen Hochschulabsolventen, dass wir nach einem Dreivierteljahr etwa eine Einmündungsquote so nahe 80 Prozent haben. Bei den Hochschulabsolventen an Universitäten haben wir auch dann solche, die Zweitstudien oder Promotionsstudien anfangen. Wir wissen, jeder sechste Universitätsabsolvent erwirbt noch eine Promotion. Also von daher haben wir da auch etwas unterschiedliche Entwicklungen zwischen Fachhochschulen und Universitäten. Aber bezogen auf traditionelle Abschlüsse haben wir keine Probleme. Was erkennbar wird, ist, dass offensichtlich insbesondere der universitäre Bachelorabschluss als Abschluss im Hinblick auf den Übergangsbeschäftigungssystem wohl doch in hohem Maße nicht als vollwertig angesehen wird, sondern ein Großteil dieser Absolventen ein anschließendes Masterstudium anstreben. Damit sind wir schon im Grunde genommen an einem Punkt, an dem sich so zeigt, es gibt viele Entwicklungen, die zwar positiv sind, aber mit einem Aber zu versehen sind. Herr Jungkamp hatte auch schon darauf hingewiesen, dass wir im Hinblick auf die Kinder, die in Risikolagen aufwachsen, zwar einen Rückgang zu verzeichnen haben, aber diese Quote ist nach wie vor mit 29 Prozent aller Kinder unter 18 Jahren sehr hoch. Sie ist zwischen Nicht-Migranten und Migranten auch extrem unterschiedlich. Jedes zweite Kind ohne Migrationshintergrund lebt mit einer Risikolage von den Kindern, mit einem Migrationshintergrund ist es jedes zweite Kind. Also ohne Migrationshintergrund jedes fünfte und mit Migrationshintergrund jedes zweite Kind. Sie sehen auch hier in der Kartendarstellung, dass es große Unterschiede zwischen den Ländern gibt. Wir unterscheiden eben diese drei Risikolagen. Soziales Risiko, was heißt, das Kind ist, oder die Eltern, Entschuldigung, Eltern sind nicht berufstätig. Bildungsfernes Elternhaus bedeutet, dass kein Elternteil wenigstens eine abgeschlossene Berufsausbildung hat und finanzielles Risiko ist diese Gruppe der Eltern, die ein Familienäquivalenz ankommen, unter 60 Prozent des Durchschnitts haben. Sie sehen auch im Hinblick auf die Kombination der drei Risikolagen jetzt im Ländervergleich, dass es große Unterschiede gibt in Süddeutschland, die Situation insgesamt günstiger ist als in Norddeutschland, in den Stadtstaaten ungünstiger als in den Flächenstaaten und von den Flächenstaaten in Nordrhein-Westfalen noch am ungünstigsten. Bezogen auf das Bildungsniveau von Migranten ist erst einmal erfreulich, dass in der Gruppe der 30- bis 35-Jährigen sich das Bildungsniveau erhöht. Das heißt, der Anteil derjenigen ohne allgemeinbildenden Abschluss oder ohne beruflichen Bildungsabschluss geht zurück. Bei Frauen etwas stärker als bei Männern. Sie sehen auch unterschiedliche Effekte bei unterschiedlichen Nationalitäten. Aber insgesamt könnte der Effekt natürlich durchaus stärker sein. Und zum anderen, wenn wir uns jetzt auf die Bildungsbeteiligung beziehen, dann müssen wir leider feststellen, dass die Migranten insgesamt an der steigenden Bildungsbeteiligung partizipieren. Aber die Unterschiede in der Bildungsbeteiligung zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, die verringern sich nicht. Und das ist eben eine der Aufgaben, die in der nächsten Zeit auch zu bearbeiten bleibt. Im Hinblick auf die Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf können wir eine Verdopplung der Integrationsquote im letzten Jahrzehnt beobachten, aber nicht zu Lasten der Situation der Förderschulen. Sondern es gibt nur zwei Länder, in denen also auch die Integration Folgen für das Förderschulangebot hat. In allen anderen Ländern hat man sozusagen den Zuwachs an den sonderpädagogisch zu fördernden insgesamt vor allem dann über eine Ausweitung der Integration in allgemeine Schulen erreicht. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem vermutlich in den nächsten Jahren auch gearbeitet werden muss, dass die sozusagen die Frage der sonderpädagogischen Förderung auch in die Schulstrukturentwicklung mit einbezogen wird und nicht quasi als Sonderentwicklung sich darstellt, wie sich das bisher, wie gesagt, bis auf wenige Länder, Schleswig-Holstein, Thüringen und so weiter abzeichnet. Hier nochmal dieser Anstieg der sonderpädagogischen Förderung insgesamt von 5,3 auf 6,4 Prozent. Und eben auch der Anteil, der in Sonderschulen ist, ist von 4,6 auf 4,9 angestiegen, ist also nicht zurückgegangen, trotz Ausweitung der Integrationsquoten. Bezogen auf die Studienanfängerquote, es wurde schon darauf hingewiesen, dass sie jetzt aufgrund verschiedener Effekte eben nicht nur steigende Abiturientenzahl und steigende Abiturientenquote, sondern auch durch G8, G9, dann eben auch Wegfall der Wehrpflicht, also durch verschiedene Entwicklungen ist sie unerwartet stark angestiegen. Das hat aber auch die Folge, dass die Referenzliebende des Hochschulpakts inzwischen bis 2015 in der Kumulation vermutlich 300.000 Studienplätzen unter dem Bedarf liegen wird und hier also verstärkte Ausbauanstrengungen notwendig sind. Diese hohen Bildungsausgaben, die wir beobachten können, da muss man eben Acht geben, dass das nicht eine temporäre, günstige Situation ist aufgrund der Sonderprogramme. Dieses hohe Niveau muss man eben auch in den nächsten Jahren stabilisieren, indem es entweder gelingt, neue Sonderprogramme zu finden, die diese Priorität für Bildung ermöglichen oder indem man trotz Schuldenbremse und so weiter dann sicherstellen kann, dass die Priorität für Bildung in gleichem Umfang erhalten bleibt. In der Tat, die Entwicklung der letzten Jahre muss man einfach als sehr erfreulich ansehen. Der letzte Punkt, der unter dieser Rubrik von mir angesprochen werden soll, ist die Zunahme privater Bildungseinrichtungen. Bildungseinrichtungen, die ist insgesamt, glaube ich, eine erfreuliche Entwicklung, die auch eine zunehmende Pluralität des Bildungsangebots zum Ausdruck bringt. Sie sehen, dass die Privatisierungsgrade in den einzelnen Bildungsbereichen extrem unterschiedlich sind. Im Kindergartenbereich sind es etwa zwei Drittel der Einrichtungen. Insgesamt gehen etwa 20 Prozent, Entschuldigung, nicht der Einrichtungen, sondern der Teilnehmer insgesamt besuchen knapp 20 Prozent aller Bildungsteilnehmer private Einrichtungen. Und Sie sehen eben ergänzend zu dem Anstieg der Teilnehmerzahlen in allen Bereichen des Bildungswesens, auf der anderen Seite starke Rückgänge in den Besuch öffentlicher Einrichtungen. Was hier von uns angemerkt wurde und was wir bedenkenswert finden, ist die Entwicklung im Bereich der Grundschulen, weil Artikel 7 Absatz 5 des Grundgesetzes im Grunde genommen ja die Idee der gemeinsamen vierjährigen Grundschule seit der Weimarer Verfassung verankert hat. Und vor dem Hintergrund natürlich die Ausweitung der privaten Grundschulen in zehn Jahren um 150 Prozent, also von knapp 300 Schulen auf über 700, fast 800, eben doch schon eine extreme Entwicklung darstellt, die jetzt in dem Fall nicht nur mit Rückschritten in den neuen Ländern im Hinblick auf Privatisierungsanteile erklärbar ist, sondern eben dazu geführt hat, dass schon in elf Prozent der Kreise mehr als zehn Prozent der Grundschüler private Einrichtungen besuchen. Das sind also dann über 40 Kreise in Deutschland, in denen das der Fall ist. Und da sollte man sich zumindest überlegen, wie man sich dazu vor dem Hintergrund des Artikels 7 Absatz 5 des Grundgesetzes verhält. Unter den fortbestehenden Herausforderungen finden wir besonders erwähnenswert erstmals, erstens natürlich die erhebliche Steigerung der Ausbaubemühungen für unter Dreijährige, die notwendig ist, um den Betreuungsbedarf bis zur Einführung des Rechtsanspruchs im August 2013 zu erfüllen. Wir haben in den letzten fünf Jahren einen Ausbau der Kinderkrippen und Tagespflegeplätzen um etwa 190.000 gehabt. Man müsste noch mal etwa 260.000 in den nächsten zwei Jahren zusätzlich schaffen, um das Ausbauziel bis 2013 zu erreichen. Also das heißt, man muss noch mal innerhalb von zwei Jahren mehr als doppelt so viele Plätze schaffen, wie in den letzten fünf Jahren eingerichtet wurden. Besonders ist noch darauf hinzuweisen, dass vermutlich die Annahme über den Ausbau der Tagespflege völlig unrealistisch sind. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass hier nahezu noch mal 90.000 zusätzliche Plätze in zwei Jahren geschaffen werden können, sodass vermutlich der Krippenausbau noch über den geplanten Umfang hinausgehen muss, wenn man tatsächlich, wie gesagt, das Ausbauziel für 2013 erreichen will. Die Situation der Lehrkräfte hat Herr Jungkamp auch schon kurz angesprochen. Ich sehe vor allem im Hinblick auf den Lehrerersatzbedarf das Problem, dass in den letzten zehn Jahren 15 Prozent mehr Lehrer eingestellt wurden, als die zweite Phase der Ausbildung absolviert haben. Das heißt, wir haben oder die Kultusministerien haben auf die Altbewerber in starkem Maße zurückgreifen können, die in Zukunft vermutlich in dem Umfang nicht mehr zur Verfügung stehen, sodass daraus sich auch noch mal ein Zusatzbedarf ergibt, der auch in den Berechnungen der Kultusministerkonferenz meines Erachtens bisher nicht so berücksichtigt wurde. Und das andere Problem, was wir ja dann auch im Zusammenhang mit dem Schwerpunktthema noch mal haben werden, ist, dass das fächerspezifischen Lehrerbedarf ist. Und das scheint ja eher das zentrale Problem zu sein, dass wir nicht ausreichen, wir haben durchaus ausreichende Lehramtsstudierende, es ist nur die Frage, ob Sie die Fächer studieren, die dann tatsächlich in der Schule benötigt werden. Bezogen auf den Ausbildungsstellenmarkt muss man erst mal festhalten, was in der Diskussion ein bisschen oft vernachlässigt wird, dass es nach wie vor fast in allen Berufen einen Mangel an Ausbildungsplätzen gibt. Die Zahl der Ausbildungsplatzbewerber liegt deutlich über der Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze. Wenn man diese erweiterte Definition zugrunde legt, nämlich wirklich danach fragt, wer hat sich um einen Ausbildungsplatz beworben und hat keinen bekommen und nicht wie in dieser gesetzlich vorgeschriebenen Definition nur die berücksichtigt, die wirklich am 30.09.2011 auf der Straße saßen. Das ist im Grunde genommen die gesetzliche Definition. Wenn man eben diese realistische nimmt, wer tatsächlich nachgefragt hat, dann sehen Sie, es gibt nur die Bäckerkonditoren, Fleischer, Köche und Hotel- und Gaststättenberufe. Das sind die drei Bereiche, in denen es einen Überhang an Ausbildungsplätzen gibt. In allen anderen Branchen, gerade auch in den zukunftsorientierten Berufen, ist zum Teil ein extremer Mangel an Ausbildungsplätzen noch gegeben. Das heißt auch, dass die Entlastung, die sich in den letzten Jahren am Ausbildungsmarkt ergeben hat, eher demografisch bedingt ist, als dass sie irgendwie politisch sehr stark induziert wurde. Sie sehen, die Zahl der Ausbildungsplätze oder derjenigen, der Ausbildungsanfänger, ist nahezu konstant geblieben. Dasselbe betrifft das Schulberufssystem. Und was eben im Hinblick auf das Übergangssystem zu beobachten ist, ist, dass mit dem Rückgang wir natürlich eine Entwicklung dahin bekommen, dass die sogenannten marktbenachteiligten Jugendlichen, also diejenigen mit einem guten Hauptschulabschluss oder mit mittlerem Abschluss, die im Prinzip, wenn es ausreichende Ausbildungsplätze gäbe, ohne Probleme auch eine Ausbildung finden würden, dass die zunehmend weniger in der Gruppe sind, die in das Übergangssystem wechseln, sondern es wird sich sehr stark auf die Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss und eben mit einem schlechten Hauptschulabschluss konzentrieren, sodass das eben zunehmend, ja sozusagen als Problemgruppe, sich zunehmend auf diesen Bereich der Schulabsolventen konzentrieren. Und da wird man eben sich überlegen müssen, ob auch der pädagogische Zuschnitt dieses Programms, das Übergangssystem auf diese Gruppe sehr viel besser angepasst werden muss. Wir werden Jugendliche sehr viel stärker mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben, die ja dann auch in der Gruppe sind. Wir werden auch sonstige haben mit Sprachdefiziten oder sonstigen speziellen Fördernotwendigkeiten. Im Bereich der Weiterbildung kann man eigentlich nur sagen, es ist absolut betrüblich, dass sich in dem Bereich nichts tut, entgegen aller politischen Rhetorik, dass dieser Bereich ausgebaut werden muss und dass dort eine Priorität in der Bildung zu setzen ist. Sie sehen es hier an den Partizipationsquoten in der langen Zeitreihe. Es tut sich nichts und was sogar noch besonders bedenklich ist, dass sogar bei den Jungen, bei den 18 bis unter 35 Jährigen, sogar es nur einen Rückgang der Weiterbildungsbeteiligung gibt. Also hier ist einfach die Notwendigkeit, dass in dem Bereich politisch sich in den nächsten Jahren verstärkt was tut. Wenn man allgemeiner fragt, was sind denn jetzt die übergreifenden Ergebnisse oberhalb der Einzelbefunde, die ich dargestellt habe. Das eine ist diese Entwicklung, die sich gerade bei den Abschlüssen deutlich zeigt, aber eben auch bei G8, G9, Halbtagsschule, Ganztagsschule, Abschluss an Allgemeinbildenden, an beruflichen Schulen usw. Wir haben zunehmend flexible Bildungsmöglichkeiten und um diese Bildungsmöglichkeiten zu nutzen, brauchen wir verstärkte Maßnahmen der Orientierung und Beratung. Herr Jungkamp hat das ja auch schon erfreulicherweise aufgegriffen. Das Zweite ist, was wir denken, was ganz wichtig ist, dass eben mit dieser Flexibilisierung der Bildungswege, auch die Koordination zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen, auch zwischen Bildung, Kultur, Soziales, anderen Bereichen verbessert werden muss und von daher eine stärkere Verschränkung nicht nur zwischen den einzelnen Stufen des Bildungssystems, sondern auch zwischen Bildungspolitik und anderen Politikbereichen intensiviert werden muss. Und schließlich deutet sich das schon etwas an, mit der Entwicklung hin zu der Hälfte des Altersjahrgangs, die in der Hochschulzugangsberechtigung erwerben, dass es fatal wäre, wenn in den nächsten Jahren ein Konflikt oder ein Spannungsverhältnis zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbildung entstehen würde. Davon würden die Jugendlichen nicht profitieren, sondern wir müssen sehen, dass wir eine Neujustierung dieses Verhältnisses bekommen oder eine Neugestaltung der Schnittstelle zwischen Berufsbildung und Hochschulbildung, damit hier Lösungen gefunden werden, die auch im Hinblick auf die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials in der Gesellschaft optimal sind. Damit will ich diesen Teil abschließen, kommen zum Schluss noch zu dem Schwerpunktthema, das ja nun, da es quer liegt, zu der sonstigen Systematik des Bildungsberichts auch hier eigenständig dargestellt werden muss. Wenn man dieses Schwerpunktthema betrachtet, ist zunächst zu sehen, dass es eben ein Thema ist, das sehr zentral ist, weil es die Persönlichkeit des Einzelnen sehr stark unmittelbar tangiert. Auch ein wichtiger Teil ist zur Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch ein wichtiges gesellschaftliches Bildungsfeld, weil dieser Bereich der kulturellen Bildung nicht nur für die Tradierung des kulturellen Erbes bedeutsam ist, sondern eben auch, weil wir zunehmend ein kulturelles Arbeitsfeld haben. Man unterschätzt das. Inzwischen ist die Kulturwirtschaft in Deutschland ein wichtigerer Wirtschaftszweig als die chemische Industrie. Man verkennt das einfach, dass wir sehr viele Filme und Design und so weiter in die Welt exportieren. Wie dem auch sei, wir können feststellen, zunächst im Hinblick auf kulturelle Bildung, dass dies auch ein Anliegen ist, das in den Familien sehr breit verankert ist und dass alltagsintegriert schon die Eltern mit ihren Kindern in erheblichem Umfang verschiedene anbahnenden Maßnahmen ergreifen, um Kinder auch kulturell zu interessieren und auch sie mit kulturellen Phänomenen in Kontakt zu bringen. Interessant ist, und ich will das hier an dem Beispiel verdeutlichen, dass sich schon in der frühen Kindheit das abzeichnet, was dann gerade bei der Nutzung von Angeboten durchgängig erkennbar ist. Wir haben hier insgesamt 27 Prozent der Eltern, die schon im Vorschulalter irgendwelche kulturellen, und hier in dem Fall frühkindliche Musikerzieherische Maßnahmen ergreifen und die Kinder an der Musikerziehung heranführen. Und da sehen wir dann sehr starke soziale Disparitäten. Das heißt also, die sozusagen familiär gesteuerten Aktivitäten, die sind sehr stark sozial disparitär. Und was eben auch erkennbar ist, ist, dass im Regelfall Mädchen stärker gefördert werden als Jungen. Und es setzt sich dann bis ins hohe Lebensalter durch, dass also auch die Aktivitäten von Frauen intensiver sind als die von Männern. Die aktivste kulturelle Phase der Kinder ist, wobei wir eben hier, sollte man auch sagen, wir erfassen über die Aktivitäten im Grunde genommen die Gelegenheitssituation, in der wir davon ausgehen, dass am ehesten auch Bildungsprozesse entstehen können. Wir können die Bildungsprozesse als solche nicht erfassen, sondern wir gehen davon aus, wenn Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene musisch-ästhetisch aktiv sind, dass dann eben sich auch Bildungsprozesse eignen können. Hier können wir feststellen, dass nahezu 90 Prozent der Kinder von 9 bis 13 Jahren in irgendeiner Form künstlerisch aktiv sind. Meistens wird die Beschäftigung in dem Feld über musikalische Aktivitäten angebahnt. Sie verbreitern sich dann mit zunehmendem Alter und wir können dann sehen, dass bei den 13- bis 18-Jährigen oder auch den Älteren ein sehr viel breiteres Interessenspektrum gegeben ist. Im Hinblick jetzt auf den institutionellen Ort kann man sagen, dass die wichtigsten Träger kultureller Bildung die nonformalen Organisationen sind. Sie sehen hier, die Beteiligungsquoten sind hier am höchsten. Erst an zweiter Stelle steht dann die Schule, wobei bei der Schule eben interessant ist, wir haben hier nur die Unterscheidung zwischen Gymnasium und anderen Schularten. Aber wenn man da auch nochmal von der sozialen Differenzierung der Schülerschaft ausgeht, was ja sicher nicht abwegig ist, dann stellt man fest, dass über die Schule im Grunde genommen alle gesellschaftlichen Gruppen von Schülern mit kulturellen Aktivitäten in Kontakt kommen, während eben sich hier bei den dann auch meist von den Eltern angeleiteten Aktivitäten in nonformalen Organisationen dann wieder diese schichtenspezifischen Unterschiede sozusagen latent hinter diesen Schulformunterschieden stehen und dann eben auch wieder interessant ist, dass gerade rein selbstorganisierte Tätigkeiten vor allem dann auch von den Schülern eher aus unteren Sozialgruppen praktiziert werden. Das ist also auch ein Phänomen, was erkennbar ist, dass es hier im Hinblick auf Wahrnehmung nonformaler Einrichtungen und eben auf der anderen Seite eher informelle Aktivitäten auch nochmal einen deutlichen sozialgruppenspezifischen Unterschied gibt. Bezogen auf die Älteren oder vielleicht noch eine Vorbemerkung zu der Gruppe der älteren jugendlichen, jungen Erwachsenen, der 18- bis 25-Jährigen, da ist es auffällig, dass es kaum Unterschiede gibt danach, ob sie Schüler sind, Auszubildende, Studenten, schon bereits Erwerbstätige. Diese Unterschiede, die sich da abzeichnen, sind relativ gering. Ein starker Rückgang der Aktivitäten zeigt sich dann im Erwachsenenalter. Sie können hier sehen vor allem auch, dass die eigenaktiven Formen im Verhältnis zu rezeptiven Formen deutlich an Gewicht verlieren. Wir haben aber auch hier im Grunde genommen bei den eigenaktiven Formen nicht so starke Bildungsdisparitäten, wie sie sich dann bei den rezeptiven Formen zeigen. Also auch hier im Erwachsenenalter zeigt sich das. Aber was eben nicht beobachtbar ist und was sich dann ins höhere Alter auch fortsetzt, dass eben mit zunehmendem Alter dann wieder eigenaktive Formen an Bedeutung gewinnen, das ist eben auch ein Problem, wenn man dann Rentner wird, dann hat man schon Arthrose in den Fingern, da kann man nicht mehr so gut Instrument spielen. Und die Sänger werden aus den Chören herausgeschmissen, weil man nur junge Frauen haben will. Also da gibt es dann anscheinend wieder diverse Restriktionen, die das behindern, dass auch im hohen Alter eigenaktive kulturelle Formen gepflegt werden. Aber was eben auch wichtig ist, rezeptive Formen haben eine ganz hohe Bedeutung und damit für die Kulturpflege und den Erhalt des kulturellen Lebens sind eben die Älteren sehr wichtig. Und jeder, der ins Konzert geht oder in eine Oper oder in Theateraufführung geht, wenn er nicht gerade eine Schulklasse trifft, dann sieht er eben ganz genau, wie bedeutsam gerade auch die älteren Altersgruppen für die Pflege der Kultur sind. Ich will auf die Frage der schulischen Bildung vor allem noch mal näher eingehen, jetzt im Hinblick auf die Kooperationen. Da ist eben oder insgesamt bezogen auf die kulturelle Bildung noch mal die Kooperationen ansprechen. Da ist eben wirklich bemerkenswert, dass in den letzten Jahren, das zeigt vor allem die Musikschulstatistik, weil sie eben als Statistik auch vorliegt, im Gegensatz zu anderen Bereichen, dass in den letzten Jahren da sehr große Anstrengungen unternommen wurden im Hinblick auf eine verbesserte Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Musikschulen. Es sind inzwischen 10% der Kindergarten oder Kindertagesstätten oder genau genommen noch mal Kindertageseinrichtungen, die mit Musikschulen kooperieren. Bei den Schulen liegt der Prozentsatz inzwischen sogar bei 20%. Sie sehen aber große Unterschiede zwischen den Ländern und mir wurde gesagt, dass bei den Stadtstaaten das vor allem deshalb so niedrig ist, weil die eben nicht mit öffentlichen, sondern mit privaten Einrichtungen kooperieren und die deshalb in der Musikschulstatistik nicht erscheinen. Also das sind wieder so Spezialprobleme. Aber insgesamt ist das sehr erfreulich. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen will, ist eben diese personelle Versorgung in dem Feld, dass man beobachten kann, dass eben auch durch die Ausbildungsrestriktionen, das heißt, man kann die Ausbildung in den künstlichen Fächern nur machen, wenn man eine entsprechende Aufnahmeprüfung besteht, und diese Studiengänge sind auch sehr personalintensiv, damit auch relativ kostenintensiv. Dadurch haben wir, wenn man so will, ein strukturelles Problem einer ausreichenden Versorgung für diesen Bereich. Insgesamt kann man feststellen, dass die Situation für die bildende Kunst noch etwas günstiger ist als für die Musik. Aber wir müssen davon ausgehen, dass etwa 6 bis 7 Prozent des gesamten Unterrichts in jedem dieser beiden künstlichen Unterrichtsfächern erteilt wird. Und das bedeutet im Prinzip, dass alle Musiklehrer in Deutschland ihr komplettes Unterrichtsdeputat in diesem Fach unterrichten müssten, um den Unterrichtsbedarf zu erfüllen. Wenn man jetzt noch weitergeht, was nämlich auch noch die Frage ist, sind die Lehrer grundständig ausgebildet oder sind sie durch irgendwelche Zusatzqualifikationen ausgebildet worden, also drittes Unterrichtsfach oder berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahmen, dann kann man hier sehen, das ist der Anteil derjenigen, die Lehramtsprüfungen in künstlichen Fächern in den letzten neun Jahren abgelegt haben. Das sind etwa 4 Prozent. Man kann davon ausgehen, in der Vergangenheit waren die Ausbildungskapazitäten ähnlich, sodass hier nochmal an der Diskrepanz auch erkennbar ist, dass in erheblichem Umfang diejenigen, die in den Schulen unterrichten, auch gerade im Bereich der Bildung und Kunst gar keine grundständige Ausbildung in diesem Fach erworben haben, sondern das als Drittfach studiert haben oder eine berufsbegleitende Qualifizierung erworben haben. Zusammenfassend zu diesem Bereich, nonformale Einrichtungen sind für die künstlich-ästhetischen Erfahrungen von größerer Bedeutung als die Bildungseinrichtungen im engeren Sinne. Jugendliche und Erwachsene und gerade eben auch Jugendliche aus unteren Sozialgruppen verwirklichen ihre künstlichen Interessen überwiegend informell. Neue Medien sind zunehmend bedeutsam auch für die künstlich-ästhetische Beschäftigung. Die Aufgabe der Bildungseinrichtungen liegt, glaube ich, vor allem darin, dass sie grundlegende künstlich-ästhetische Erfahrungen für alle Kinder und Jugendlichen und zwar auch strukturiert vermitteln müssen. Und da ist eben gerade auch die Aufgabe der Bildungseinrichtungen, dass sie alle Kinder erreichen, dass sie auch die Gruppen erreichen, wo die Eltern selbst sich nicht um eine entsprechende Förderung der Kinder bemühen. Da ist ein bisschen das Problem, dass die Unterrichtsbedingungen für diese Fächer sich nach Schulart stark unterscheiden. Und gerade dann in Hauptschulen, Förderschulen, wo eben gerade auch Kinder unteren Sozialgruppen eher vertreten sind, dann auch meistens die Ausstattungsbedingungen, die Professionalität des Unterrichts und so weiter eher auch Mängel aufweist, als es dann etwa in Gymnasien der Fall ist. Wir haben gute Voraussetzungen für den Unterricht in Ganztagsschulen, besser als in Halbstagsschulen. Und ich habe schon darauf hingewiesen, wir haben ein zunehmendes Ausmaß an Kooperationen, und zwar auch an Kooperationen mit kulturellen Einrichtungen, sprich mit Theatern, mit Opernhäusern, mit Orchestern und so weiter, die dann ihrerseits auf die Schulen zukommen. Und jede achte Schule kann inzwischen auf solche Kooperationen und Zusammenarbeiten verweisen. Ich habe darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, das pädagogische Personal fundiert auszubilden und vielleicht müsste der Schwerpunkt da wirklich auch im Elementarbereich und in der Grundschule liegen, weil das die Bereiche sind, wo eben diese Interessen angebahnt werden, beziehungsweise jetzt bezogen auf die Schule, wo auch der Schwerpunkt in diesen Fächern gelegt wird. Es gibt eben mehr künstlichen Unterricht in der Grundschule als in der Sekundarstufe 1 und gerade da ist das Personal eben nicht so qualifiziert und so fachlich ausgebildet, wie das dann in der Sekundarstufe 1 und 2 der Fall ist. Damit bin ich am Ende und danke Ihnen. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.